Ich bin Lea Neubrander, ich spiele seit ca. 11 Jahren Handball und aktuell spiele ich bei der SGH 2Q Herrenberg. Handball unterscheidet einfach den Teamgeist, dass man nicht alleine ist, wie zum Beispiel im Leichtathletik oder im Tennis. Man kann nur zusammen das erreichen, was man erreichen will. Gerade durch die Nationalmannschaft in ganz Deutschland, meine Freunde, die man auch ab und zu besucht und die auch mal herkommen, mit denen man ständig in Kontakt steht und das ist einfach schon was Tolles dadurch. Also ich wüsste nicht, was ich ohne die machen würde, wenn ich die nicht hätte. Musik 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 Vielen Dank.